Die Armeezelte, um Gottes Willen Da hockt irgendwo ein Sniper, da hockt irgendwo ein Sniper Ich würde sagen, wir treffen uns einfach wieder an den Armeezelten, egal wo wir rennen Ich renne gerade schon, Alter, ich bin gerade voll in der Sniper-Dingeste Dumme ist, das Dumme ist, ich hab keine Ahnung, wo die Armeezelte sind, wa? Alter, da hinten sind Gebäude eingekracht Ich bin jetzt gerade auf der Hauptstraße vor der... Auf Julee! Äh, ne, vor der nicht, ich bin auf der Hauptstraße vor der Haupt... Ne, äh, Hauptstraße vor der Feuerwehr Oh mein Gott, das Krankenhaus ist eingestellt Ich lauf einfach Schrottbord hinterher, weil ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss Also, ich lauf irgendwie ganz so weit Alter, das riesige Hochhaus ist ja eingestürzt Ja, da bin ich jetzt auch gerade Ja, da hat man einen Rausbrenner reingeschmissen Komm schon, Gilly's Jutmann, renn! Alter, du denkst, du denkst, da geht's was zum Looten? Oh, das seid ihr ja alle Vor allem dann wieder alle auf einem Haufen Der ist ins Hotel eingestürzt Ich hab gerade voll Panik gekommen, weil ich das mal gesehen habe Ist ein Netz Krankenhaus? Ähm, ich weiß nicht Oder war das das Hochhaus? Das ist das Hotel Ne, das war die Schule Oder besser gesagt, das war das Hotel Okay Alles klar, ich renne jetzt gerade an der Mauer Geil jetzt aber nicht zu den Zelten, die Tiere gerade ausgehen Ey, wartet mal, hier rennt alles schneller als ich Wartet mal kurz Ich bin mir jetzt gar nicht gerade sicher, aber ich denk, das war hier in der Region irgendwo irgendwo Nee, du warst bei mir gerade verpackt, deswegen Ich hab fliegen Rennt irgendwie jemand hinter mir gerade? Außer Zombies Irgendjemand von euch ist es stehen geblieben gerade, wa? Also, ich bin gleich bei den Zelten Ja, ich auch Oh mein Gott, ich werd Irgendwie schließt da jemand da Ja, ich hab's schließt da einer richtig hart rum Rennt einfach weiter Alter, okay, ich wurde hart beschossen Ich hab mich gerade versteckt hinter dem Haus Alter, fuck Von wo, von wo, von wo? Ich weiß nicht Sowas ist uncool Irgendwie, auf jeden Fall war das Alter Okay Wo bist du denn jetzt? Ich weiß nicht Ich probier mal aufs Krankenhaus zu kommen und vielleicht seh ich dann was Sag mir, wo du bist Ich bin jetzt gerade hinter so einem Haus, eigentlich deiner nähe von den Zelten Ähm, Türke, Türke, du blutest Ja, ich weiß, hab ich ja ganze Zeit gesagt Okay, ich renne jetzt nochmal, ich mach jetzt kurz einen Sprinter zu den Zelten, alles klar Ich glaub ich, weil, ich, ich kann mir vorstellen, wo er hockt, ich kann's mir vorstellen Ey, das ist so, es kann bei so einem Zuhörer nicht sein Leute, 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 ganz kurz, ganz kurz, Leute Zeit mal kurz leise, Zeit mal kurz leise Zeit mal kurz leise, wir treffen uns jetzt bei den Zelten, okay, alle, allesamt Ich weiß nur nicht, wo es zum Zelten hin geht Alter, ich glaub, der Türke blutest Ja, der Türke blutest Ja, der Türke blutest Ich bin jetzt, ich bin jetzt in den Zelten relativ safe Wir müssen vorsichtig sein, bei dem, die Leute, bei der Baustelle wird auch geschossen Leute, ich hab ne Vermutung, wo er hockt Ja, das ist toll Eine ganz kurze, Türke weißt du, wie es zu den Zelten geht Äh, nee, das ist das für dich, wenn das schon ein Thema Doch, wir sind ganz nah, Leute Okay, du wüsstens nicht, wo die Zelte sind Ich bin jetzt, ich bin jetzt bei den Zelten, ganz hinten so ner Ecke drin Ihr müsst, wo ist das? Geht die Chancen Schieß da, wo ist das? Wer schießt das? Wer schießt das? Hier schießt ein Rundiger auf der Türke angegriffen wird Zurück der Türke angegriffen wird Türke, mach was Okay, ich guck dir jetzt mal, pass auf, guck hier, tsack aber doch ist er kommt noch eine Leute kommt schon mit hier auf zwei Linden ich habe keine Ahnung wo ich bin muss aber wir bitten rechts rechts Türke wo bist du? Ich seh dich nicht mehr oh ich hab ne F ja ich seh dich nicht mehr wie kann man denn chatten? hier Leute chatten mit Bindestrich und Minus also ähm mir nebenkommt da läuft jemand da läuft jemand da bin ich mit der Ding ok ähm was hast du wir rennen einfach aus der Stadt raus scheiß drauf ok der ist oben auf dem Turm glaube ich oder auf irgendeinem Haus komm mit her renn mir hinterher renn mir hinterher also ich meine zu wissen wo er sein könnte ich würdsch mal sagen weil das wäre relativ wichtig jetzt weil ich liegt hier grad irgendwo rum ich glaub der killt mich gleich weil er glaub ich weiß wo ich bin er ist bei der Baustelle auf dem Haus drauf da rennt jemand Richtung Krankenhaus ist jemand direkt beim Krankenhaus hinten dran ich renne gerade zum Wald lol ich bin in Kamenka respond äh hey can you can you speak oder ähm are you German? äh whatever wer von euch ist im Krankenhaus? nein töte ihn bitte und partagier mich ok ähm ja da sind nur ein paar viele Zombies warte mal ich bin im Krankenhaus Leute ich wurde erschossen ja ich bin auch recht tot ich lieg ich lieg in den Zelten drin ich bin tot ok ähm Türke es tut mir wirklich schrecklich leid aber ich lieg in den Zelten drin ok ähm Max wie komm ich zu den Zelten? ich bin bei dem Parkhaus oder was auch immer das ist alter Dennis wo bist du wo rennst du hin alter? du musst von dem Parkhaus wenn du vom Parkhaus aus in Richtung Cerno guckst also in Richtung Cerno reinguckst dann einfach rechtsorientiert laufen da das sind ja diese ganzen großen Fabrikgebäude ne? also Leute ich bin grad auf dem Krankenhaus ich hab einen rennen gesehen der hatte ne Sniper aber ich weiß nur wer es war da keine Delisute ich glaub ich weiß wo ja ich muss aber durch die ganzen Zombies konnte ich nicht mehr im Fernglas gucken Alter ich schwör mal ne der ist gerannt da kriecht einer ne das ist ein Zombie also ich bin gerade in den Zelten drin aber ich hab irgendwie voll die komische Verbindung bei mir macht er irgendwie gerade was ich glaub der Typ scheint mir die Schütze zu werden irgendwie nicht leiser bei mir also er muss ey Leute er muss er muss dort hocken wo ich die ähm 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 Max geh mal kurz aus seinem Zelten ein Stückchen raus bis in einem Lazarett oder in einem anderen ich bin im Lazarett Zelt geh mal lauf mal kurz raus aus dem ne ich weiß nicht das werde ich wieder beschossen Max ganz kurz ähm die Zelte ähm die Zelte sind die Zelte hinter dem ähm hinter dem Industriegebiet oder weil ich lauf gerade da durch jetzt äh also ich bin ich bin praktisch vom ich bin also vor dem vor dem Parkhaus gestanden und hab ich mich jetzt rechts gehalten jetzt lauf ich an den Industriedingen vorbei okay ähm keine Ahnung wenn ich ehrlich bin ich werde jetzt glaube ich erst mal rausrennen ich warte dann irgendwo außerhalb von Tschernow auf euch weil mir ist es hier alles zu riskant ich bin auch wenn ich euch wenn ich dich sehe sage ich Bescheid beziehungsweise ich 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 werde noch gucken was ja ich guck noch äh ich will noch meine Vermutung äh gucken ob er da wirklich ist weil von dort wo ich glaube wo er ist hat man wirklich die ganze Stadt im Überblick okay und wo sind ja alle Gebäude zerstört woher ich renne ähm ich renne jetzt einfach Augustiano raus weil ich hab gar keine Orientierung mehr okay dann würde ich sagen Dennis wo rennst du gerade aktuell hin ich bin jetzt gerade beim Industriegebiet renne ich jetzt gerade über Bahngleise drüber Max tut mir wirklich schrecklich leid aber ich kann dir da gar nichts sagen irgendwie Max ha siehst du die Tankstelle ne ich 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 renne ich renne jetzt los und renne jetzt aus den Atzern ich bin jetzt gerade aus den Atzern ausgerannt und renne jetzt weg okay ähm ich bin jetzt jetzt sehe ich dich warte mal ich oh da hat gerade jemand geschossen auf mich ich habe oh mein Gott da schießt ja warte mal rennt da jemand bei dir auf dem Feld ich renne gerade auf den Gleis da sitzt mit der oh da sitzt ein Sniper wo denn Max wo denn wo sitzt der Sniper naja los schnell Max ich glaube ich hab dich rennen gesehen alter irgendjemand schießt auf mich wo sitzt der Sniper ich hab keine Ahnung ich hab ihn getötet echt jetzt ja der ist rennig ich weiß nicht ob es einer von euch war wenn ja tut mir leid Max willst du mal kurz stehen bleiben ich hab dich gerade irgendwo rennen gesehen auf Gleisen ja ich bin jetzt nicht mehr auf Gleisen ich renne jetzt gerade im Industriegebiet rum der hat der hat der Gleisuit hat auf dich gefeuert Max und wo war der auf dem Dach auf welchem gegenüber von der Nazareth ok und wie kommt man da stimmt ok ja von da hat er mich geschossen von wo war denn der Max ich lauf grad hin ich bin wo ist er ich bin jetzt alter was geht jetzt alter wer hat die grad zwei 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 präzise Schüsse mit der Entfernung da Max Max ähm wo bist du denn ich ich renne jetzt gerade wieder zu den Nazareth-Zelten also wer jetzt bei den Nazareth-Zelten ist bitte nicht erschießen ja ich bin auch dort also nicht erschießen ähm nein weil ich ich das ist jetzt so richtig blöd ich hab keinen Plan wo die Nazareth-Zelten sind hier liegt zum Beispiel ne ne Ringman Curren hm ah guck mal da läuft einer hier so direkt neben dem Tank ich kletter grad die Leiter hoch achso ok gut der ah ok äh da ist ne Tankstelle wa mhm die ist da ja das ich kann ich kann ja weil ich äh ich kann dir gerade ehrlich gesagt auch nicht wirklich so viel weiterhelfen weil ich gerade echt selber gucken muss und äh ich kann dich auch nicht wirklich navigieren jetzt aber bei wem rauscht das eigentlich gerade so hier bisschen schwul rum ähm bei Black Days ok das ist ein bisschen kackig hier ist einer mit ner AKM hey was ist AKM ich glaube der hat ja die ganze Zeit rumgerauscht rennt dem mit der AKM ein Zombie hinterher hm mhm ich hab ihn getötet das das gute Sachen gut boah alter danke für den Kill war dass du ihn hier weggesnackt hast alter immer noch lauter er hat ne AKM mit 410 hab ich mir auch nicht gesnackt ja ich weiß das ist ganz einig was ich machen soll war weil die planlos ins Dach ja wo bist du jetzt gerade dennis ich kannst dir ah shortboard ich seh dich ach ja ok ich 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 bin jetzt gerade nochmal hier bei den Nazaretzelten äh wo äh wo bist du jetzt äh ist jemand von euch auf dem Dach da oben drauf ja ich ok dann komm ich da jetzt auch nochmal kurz hoch ja ich bin hier im Wald und schau mir grad die Gegend an ja gut dann wenn du im Wald bist dann kannst du mich vielleicht irgendwie rennen sehen ich renn grad den Feldweg entlang und jetzt schieß ich ne ich hör nichts und seh auch niemanden ah doch glaub ich ich hab dich grad gesehen ja da bist du 350 Meter von mir entfernt ok warte mal wo lauf ich hin hast du noch ein Zombie fuck warte hallo Schrott du bist jetzt grad hinterm Baum und seh dich jetzt gar nicht hat der Typ irgendwas besonderes der da hinten ist oder war ne AKM mit 4 Magazine die hab ich schon genommen ok ähm sind es diese orangenen Magazine oder die schwarzen schwarzen die schwarzen da liegen noch da liegen noch da liegen noch drei schwarze drin in dem ersten Zelt wenn du von der Seite kommst wo wir gekommen sind ok alles klar wer von euch hat mich gerade gesehen ja ich seh dich du hockst grad irgendwie so auf dem Berg oder so gell richtig hock auf dem Feld jetzt lauf ich grad auf dem Feld ja warte ja genau wenn du dreh mal weiter nach rechts von dir aus gesehen hinter dir ist einer wie ja ja warte ich Zombie Alter ganz ehrlich das mit dem Rausch gib mir grad der Masse auf die Eier tut mir leid oh vielen dank ok ähm wo geh ich jetzt hin ja rechts dreh dich mal nach rechts ja ja wirst du weiter hinter dir noch ein Zombie oh ich hör grad die Schritte leck mich am Arsch machst du den ja warte ja ich weiß nicht ich muss muss ich schneibe ja gerade achso ja ok und bis die Schülse da sind das dauert ein bisschen immer ok alles klar ich geh aber äh Schrottbord ähm gehen wir dann auch da hoch in Richtung Wald ok dreh dich jetzt mal rechts rechts kannst du halt also jetzt grad aus so grad jetzt grad aus so grad jetzt grad aus ja genau das ist so grad aus ok moah das ist spannend leck mich am Arsch ok und und äh wer 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 ist denn also abgesehen von dem der jetzt bei Dennis ist und dem der bei mir ist wer wer wen gibt's denn jetzt noch hier gerade also ich wurde ja grad gekillt also Tobias wurde ja grad gekillt ich hab eine Frage wollen wir jetzt einfach da rausrennen dass wir irgendwie mal hier weg kommen weil ich glaub das ist irgendwie ein bisschen unsicher hier Max ich kann dir einen guten ich kann dir einen gut ich kann dir eine Blood Transfusion geben und ich und Black Days sind hinter dem Parkhaus wenn du weißt was ich mein da wo der Kran auch steht alles klein renne ich da halt einfach mal hin da hinter dem Waldstück stehen wir beide hinter dem Waldstück? äh hinter dem Parkhaus ähm beim Waldstück da ok gut wollen wir uns dann im mittleren Kreise des Parkhauses treffen oder? ja im Black Days gehen wir dann ins Parkhaus ich lauf jetzt an dir vorbei nicht schießen hm oh mein Gott Alter ohne Witz ich glaub das ist echt das Schlimme an der ich sieh dass du einfach voll keine Übersicht hast weil ach gerade mit so viel Mann alter mein Bein tut grad auch schon wieder weh ey moah oh der Türke hey Türke wurdest du gekillt? äh ne ich hab mich töten lassen ich bin grad in Kamenka gespawnt achso war ein bisschen löde ja ich auch Jungs ähm ich muss mal ganz kurz mein Bein ausstrecken es ist wieder derbe weh cool das Best of ist jetzt warte mal da hinten ist einer so ok ähm Black Days ja ähm gehen wir dann jetzt in das in das Parkhaus oder was auch immer das ist also ich bin jetzt gleich so in circa 20 Sekunden da drin ok dann sagst äh Black Days ok dann gehen wir mal los ok warte kurz konntest du UC wechseln? so alles klar ok go moah ey das Spiel macht mich fertig alles klar ich lauf jetzt da rein gleich warte ok Max ey Dennis du möchtest möglichst du meine Sniper haben? ach nein ich spiel das Spiel eigentlich gar nicht mehr ich hab ich spiel jetzt nur weil ich weil ihr jetzt hier spielt oh um Gottes Willen ähm ne la la lass mal lass mal das passt schon ich glaub du kannst dann la 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 du du reißt damit mehr als ich alles klar aber danke fürs Angebot bitte aber wie gesagt ich kann damit halt keine Zombies killen ok Schrottbrot das hat er für das Spiel gedacht Schrottbrot äh Brot sorry ähm ähm brauchst du ne Blood Friends Fusion oder oder kannst du mir kurz eine geben? ja wenn du mir ein Ding rüber schmeißt ich blatt weg ok ich tu dir einfach in deinen Rucksack legen alles klar ähm Max wir kommen jetzt also ich und Black Days wir kommen jetzt ähm von der Hinterseite kommen wir jetzt gleich rein also bis wir nicht schießen ok halt ich wär's das geil war so da ist dann irgendwie Zombies den Gilly kann ich dir eigentlich auch geben alle können ja den Gilly den Gilly bricht nehmen ey das ist geil ja das kann ich dir gleich in deiner Tasche tun wenn du willst hör mal episch ok warte mal in dem Parkhaus steht ein Zombie drin ja ich weiß kommt einfach rein zwei sind drinne drei wollen wir die eh wollen wir die kaputt machen oder oder wollen ja ich glaub ich glaub mit mit der U ich treff eh keine Zombies das kannst du vergessen ja ok dann guck ich mal ob ich irgendeinen Headshot geben kann